Hier bin ich wieder. Es geht ums Thema Trommelwirbel. Ich meine, du hast das eh schon gelesen, aber Wasser ist wohl eines der faszinierendsten Dinge, die es gibt. Und ich werde euch heute keine Dokumentation über Wasser darbringen, sondern nur ein paar Tipps und ein paar faszinierende Sachen, die mir so aufgefallen sind und die ich schon probiert habe. Ich habe schon so viele Dokumentationen über Wasser angesehen und da sind Sachen dabei, wo ich mir denke, was ist Wasser für ein geiles Zeug? Und ihr seht, ich habe da Steine drinnen, aber dazu sage ich euch später was. Gut, also was gibt es über Wasser zu sagen? Das Titel lautet ja Durchblute deinen Körper. Es stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir Wasser und wo ist das überhaupt in uns? Weil wir wissen zwar, dass wir zum Großteil aus Wasser bestehen, aber ich kenne wenige Leute, die sich halt jetzt nicht unbedingt mit dem Körper befassen, die wissen, wo sich das Wasser befindet oder die sich überhaupt schon einmal eine Vorstellung davon gemacht haben. Also das erste Wichtige, was du wissen musst, ist, dass du außerhalb deiner Zellen und innerhalb deiner Zellen Wasser hast. Das heißt, du bist quasi im Zellhaufen, außerhalb gibt es Wasser und innerhalb gibt es Wasser. Und das muss auch immer gut ausgeglichen sein. Das kann ich zum Beispiel mit der Biermessung auch messen, ob das passt, ob du drinnen und draußen genug Wasser hast. Oder, wo ist noch Wasser? Hast du sicher schon einmal einen Pickel gehabt, ja, und den dann ausgedrückt und dann ist vielleicht nur so eine milchige Flüssigkeit rausgekommen. Ich rede nicht von Eiter, sondern wirklich so eine Flüssigkeit. Das ist Lymphflüssigkeit. Also das heißt, es ist nicht 100 Prozent Wasser, was man jetzt trinken würde, so wie unser Trinkwasser, aber es ist eine Flüssigkeit, die natürlich zum Teil auch aus Wasser besteht. Und das wäre das Lymph, also über deine Lymphgefäße. Viele gehen zur Lymphdrainage, damit sie keine Wassereinlagerung in den Beinen haben, also damit es da nicht steht. Das heißt, auch da im Gewebe befindet sich Wasser. Natürlich, was noch? Tränen oder Rotz, ja, Rotz auch, also die Körperflüssigkeiten, Spucke, die da rauskommt. Aber ein wesentlicher, großer, großer Anteil ist natürlich das Blut. Jetzt würde ich sagen, ja, Blut, das ist ja, hm, das ist ja Blut. Ja, aber Blut ist eine wässrige Lösung. Das heißt, je mehr ich trinke, desto besser ist mein Körper durchblutet. Heißt, für alle, die kalte Hände haben, für alle, die kalte Füße haben, vor allem die Frauen, ich meine, ich bin selber ein, ich weiß das, wenn du zu wenig trinkst, dann kann das sein, dass das einen Einfluss auf deine Durchblutung hat und deswegen hast du immer kalte Hände und kalte Füße. Das heißt, trink mehr. Muss jetzt nicht unbedingt warmes Wasser sein. Apropos warmes Wasser. Trinke, trinke wirklich mindestens die Hälfte deiner Flüssigkeit in Form von Wasser oder Mineralwasser, aber bitte nicht nur Tee zum Beispiel im Winter, weil du bestehst nicht aus Tee, du bestehst aus Wasser und Tee hat auch immer eine Wirkung. Deswegen sage ich immer, mindestens die Hälfte der Flüssigkeit soll Wasser sein. Und dann komme ich schon zum nächsten, weil es gibt ja unterschiedliche Wasserqualitäten. Man hört immer von Wasseraufbereitungsanlagen. Ich bin ein Fan davon, weil, also wenn ihr euch die ganzen Dokumentationen über Wasser mal rein anschaut, also da gibt es sehr viel Wissen drüber, auch wenn es diskutiert wird, ja, ist gut oder ist Geldmacherei oder so, macht euch da euer eigenes Bild. Also ich habe es bis jetzt noch nicht gekauft, so eine Aufbereitungsanlage, aber ich werde das sicher irgendwann einmal machen oder ausprobieren. Also ein Freund von mir hat das total begeistert, Wasser schmeckt anders und so. Ich mache das zum Beispiel mit Steinen. Ich habe lustigerweise eine Phase gehabt vor kurzem, wo ich nichts getrunken habe. Ich bin am Abend dann mit einem Glas Wasser im Bett gewesen, eh Kopfweh und trocken, weil ich mir gedacht habe, den ganzen Tag nichts getrunken habe. Ich hatte irgendwie, mir ist es richtig übel warm vom Wasser. Warum auch immer, keine Ahnung, aber dann habe ich diese Steine wieder gefunden und das kann man halt irgendwie das Wasser beleben oder so. Und seitdem ich die Steine in mein Wasser gebe, trinke ich wieder. Gott sei dahingestellt, vielleicht ist es eine Einbildung, aber hey, es schmeckt anders. Probier es aus. Also das sind jetzt spezielle Steine, ja, aber probier es aus. Es verändert sich was. Es verändert sich auch was, wenn du zum Beispiel so einen Filter verwendest. Schmeckt auch anders. Oder wenn du natürlich Mineral trinkst, schmeckt auch anders. Hat eine andere Wirkung im Körper. Oder, was auch geil ist, mach mal heißes Wasser, also bring das Wasser zum Kochen. Lass es dann abkühlen. Also du kannst es ruhig, wenn es kalt haben willst, in den Kühlschrank stellen und trink dann dieses abgekochte Wasser. Das ist, wie Tag und Nacht, das ist was anderes. Das ist für mich zum Beispiel kein Durstlöscher. Wenn ich Durst habe, ich werde immer noch durstiger, habe ich das Gefühl, von diesem abgekochten Wasser. Soll man, also wenn man jetzt die TCM-Ernährung kennt, soll man das auch trinken, aber nicht halt nicht nur das abgekochte Wasser. Ultraspannend. Natürlich gibt es auch Lebensmittel, wie zum Beispiel eine Gurke oder, muss ich da noch das Pickel runter tun, oder eine Tomate oder überhaupt halt Gemüse, wo sehr viel Wasser drinnen ist. Das unterschätzen auch viele, wie viel da eigentlich drinnen steckt. Also 90 Prozent Wasser. Da denkt man sich, was ist denn das? Ja, es ist eine Gurke, aber besteht auch zu so vielen Teilen aus Wasser. Also das heißt, wenn du Gemüse isst, dann trinkst du vielleicht auch automatisch weniger. Na gut, dann Sporternährung. Natürlich die Dehydratation oder die Rehydratation, so dass ich es richtig ausspreche. Wie gut kann ich meinen Körper, wenn ich viel geschwitzt habe, wieder mit Wasser befüllen? Also man sagt, die eineinhalb welche Menge Wasser von dem, was ich geschwitzt habe. Ich sage immer, trink vorher genug, muss ich gleich wieder trinken. Trink vorher genug, trink nachher genug. Diese Steine. Ich weiß nicht, was diese Steine machen, aber naja. Auf jeden Fall, es zahlt sich aus. Und jetzt ein ultraarger Fakt aus der letzten Dokumentation über Wasser, die ich gesehen habe. Also so spannend. Vielleicht bin auch nur ich ein Freak. Ich weiß es nicht. Hinterlasse mir mal einen Kommentar, ob nur ich so bin oder ihr da draußen vielleicht auch. Und zwar, es gibt natürlich zum Beispiel Tierherden, also Tiere, wie zum Beispiel Gnus, die dem Wasser folgen. Damit natürlich, logisch, oder dem Regen folgen. Damit die immer was Grünes zum Fressen haben. Dann gibt es aber auch Libellen. Libellen in Indien war das, genau. Die irgendeiner Wasserströmung folgen und dann in Afrika landen und in Afrika dann die Mücken fressen, die Malaria übertragen. So, das heißt, wenn Indien, in Indien irgendwie zu viel Pestizide verwendet werden, passend zu meinem vorigen Video mit den Mineralstoffen, also zu viel Pestizide in Indien, könnten die Libellen töten. Die folgen nicht mehr dem Wasser, weil sie tot sind und das könnte dann in Afrika eine Malaria-Epidemie auslösen. Wie krass ist das? Und dass nur, also diese Tiere folgen instinktiv irgendwelchen Wasserströmen und Wetterlagen und so. Das ist also für mich eine Faszination, wie das alles zusammenhängt. Oder beispielsweise, weil ich vorher von Pickel gesprochen habe und Lymphsystem. Also ich habe ja immer wieder mal mit Pickeln, also solche arge, grausliche zu kämpfen gehabt. Also seitdem ich Omega-3 eingenommen habe, sind die eigentlich verschwunden. Aber hin und wieder kommt es vor, wenn ich sehr gestresst bin und ein bisschen mich schlecht ernähre, dass das dann doch wiederkommt. Und ich weiß es genau, wenn ich da ein Ding habe, ist meine ganze Lymphgefäße voll angeschwollen. Oder beispielsweise, keine Ahnung, ihr habt euch am Zehchen verletzt und dann habt ihr in der Hüfte auf einmal einen geschwollenen Lymphknoten und die Lymphflüssigkeit kann nicht irgendwie abgeflossen, abtransportiert werden. Also diese Systeme, wie sie funktionieren mit Hilfe von Wasser, ich finde das total sensationell. Gut, also was sollt ihr machen? Wasser trinken, das hält auch jung, das spült. Je mehr ihr trinkt, desto eher werden auch die Nieren häufiger euer Blut filtern und das dann halt quasi auch rauspinkeln, den ganzen harnpflichtigen Kack. Ja, also ihr wisst schon, die ganzen Substanzen, die in den Urin müssen. Und ihr seht es auch, wenn euer Urin total dunkel ist, dann ist das Wasser, was quasi aus dem Blut rausgefiltert hat, sehr gering, also der Anteil der Flüssige. Und das ist sehr konzentriert, das ist ein Zeichen dafür, dass ihr mehr Wasser trinken solltet. Oder beispielsweise, wenn ihr Durst habt, natürlich. Oder, also dann ist es eigentlich schon zu spät, ja. Es führt zu Konzentrationsverlusten, wenn ihr zu wenig trinkt. Also so viele tolle Dinge kann man mit Wasser trinken auf jeden Fall verbessern. Wow, eine Ode ans Wasser. Noch eine Geschichte zum Abschluss. Die ist auch schräg. Schaut euch die Emoto Wasserbilder an. Und zwar hat der Versuche gemacht, ein Wissenschaftler, der Emoto, in dem er zwei Gläser mit dem identischen Wasser befüllt hat. Und in beiden Gläsern war Reis, auch der identische Reis. Und das eine Wasserglas hat er beschimpft. Also schlechtes Wasser, böses Wasser, pfui, pfui, pfui. Und also, ob er es genau so gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. Aber er hat es auf jeden Fall nicht gut behandelt, das Wasser. Und ein anderes, das andere Glas hat er halt mit, ja, ich liebe dich und super toll und du bist das beste Wasser, was es gibt. Und also wirklich tolle, schöne Worte. Und dann hat er die Gläser beobachtet und das Wasser beobachtet, den Reis beobachtet. Und der, wo er es quasi beschimpft hat, da ist der Reis irgendwie schwarz geworden, schimmlig geworden oder wie auch immer. Und beim anderen ist nichts passiert. Wieder, sei dahingestellt, ob du daran glaubst oder nicht. Aber wenn es stimmt und das wirklich, was wir sagen und denken und wie wir auf etwas zugehen, mit welcher Energie, wenn das so eine Auswirkung hat auf Wasser und wir aus 70, 80 Prozent aus Wasser bestehen, dann würde ich mir gut überlegen, welche Worte, ja, du an eine andere Person richtest oder noch schlimmer, welche Worte du in deinen Spiegel sprichst oder welche Gedanken. Also, immer gute Worte zu dir richten, so, hoppala, sieht man schon voll mein Ausschnitte, so, dass du deine Flüssigkeit positiv für dich in Malung bringst. In diesem Sinne, ich liebe euch, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, kommentiert es, was ist euer Lieblingswasser, was ist eure, wie viel trinkt ihr am Tag, würde mich interessieren, wie viel schafft ihr, gibt es auch Tage, wo ihr vielleicht gar nicht zum Trinken kommt, warum. Also, viele Fragen, gerne gebe ich euch Tipps, wenn es euch schwer tut beim Trinken. Also, immer her damit. Ich wünsche euch was, bis bald!